Und? Hattest du Erfolg? Ja, schau mal, was ich habe. Das passt dir doch nie. Gib her. Wie sehe ich aus? Nicht übel. Gar nicht übel. Gehen wir zum großen, bösen Wolf zurück. Lass mich raten. Du spielst die Enkelin? Mhm. Und du den Jäger. Du schon wieder. Ich habe dir doch gesagt, dass ich nicht mit dir rede, wenn du Rotköppchen nicht dabei hast. Kein Problem. Sianna kann für sie einspringen. Was? Na schön, ich kann es euch nicht verbieten. Enkeltochter, komm heran, mein Täubchen. Aber Großmutter, was hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Aber Großmutter, was hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Aber Großmutter, was hast du so große Zähne? Damit ich dich besser fressen kann. Ach, dieser Verstank. Weißt du noch, was Yos zur Roten Bohne gesagt hat? Ein Mensch hat sie. Und auf keinen Fall hat er sie verschluckt. Mhm. Dann machen wir ihm mal den Bauch auf. Kronkorken, falsche Zähne, Korkenzieher. Ah, na bitte. Die rote Bohne. Na bitte. Einen Schritt weiter. Was? 그림 er. Ich dachte. Untertitelung des ZDF, 2020